Und weiter geht's mit dem Bluecaster Special. Ich dachte jetzt eigentlich, wir sind diese Folge fertig. Wann habe ich das letzte Mal? 20 Minuten eher. Das war bevor ich diesen Sturm gemacht habe, ne? Im Notfall kann ich darauf verzichten und sichere mir wieder diesen... Hey, ganz ehrlich, das ist jetzt sowieso... Ne, jetzt ist der Punkt, wo ich überrannt werden werde. Jetzt kriege ich die Position nicht mehr gesichert. Ne, ich werde tatsächlich laden an dieser Einstelle. Das ist die Stelle, bevor wir hier... Ja, komm, da haben wir schon das meiste geschafft. Okay. Aus irgendeinem Grund. Halten es die Gegner für unglaublich lustig. Genau hier jetzt die Mauer aufzureißen und mir dann auf den Sack zu gehen. Und ab da beginnt dieser ganze Arm... Der gesamte Amoklauf, den die da veranstalten, beginnt dann ab da. Guck mal, da ist schon... Schon kommen sie durch. Schon kommen sie durch. Wie auf Bestellung. Manchmal hilft nur... Waffengeschultert! Die Truppen der Ratte greifen an. Fasst euch ein Herz, Bruder. Euch mal ein Kornbruch! So. Unterschätzt nicht, die Pekingier beim Einsatz gegen Ritter. Die sind ein Konter. Die sind eine Konter-Einheit. Zur Stelle. Im Laufschritt. Hm. Was wünscht ihr? Aber gerne. Die Truppen der Ratte greifen an. Es werden Waffen benötigt sein. Ich muss einfach früher reagieren, aber das war's. Dann machen wir nämlich wieder zu. Geht immer rüber. Aber wo bin ich denn? Ich bin jetzt nicht wieder. Das wird doch mal ein bisschen Zeit. Damn, Hit. Nichts. Wir reden gar nicht aus. Wer spielt am meisten auf? Die Truppen der Ratte greifen an. Zu Diensten. Schaltdet die Waffen. Waffen geschultert! Die Truppen der Ratte greifen an. Okay, Ruhe. Aber gern. Das hat der Gebtmann. Aber gern. Nichts, aber gern. Jetzt machen wir hier gleich mal die stärkere Verbindung, so lange wie es geht. Sie können uns noch mehr schützen hier. Warum? Warum wollen die nicht hoch? Die Verbindung müsste doch sehr locker bestehen. Das gibt's doch nicht. Geht hier weg, da. Ja gut, ich weiß, warum sie das unbedingt wollen. Weil rein zufällig hier irgendwo die Bäume durchgewachsen sind. Da kannst du nix machen. Ich mach das einfach weiter. Die Truppen der Ratte greifen an. Scheuer. So, hier können sie zumindest so noch gehen. Ich kann's auf anlegen und das alles einreißen. Ernsthaft, die Bäume haben es mir echt versaut. Ich hab die Bäume nachwachsen lassen und die versauen mir dann den ganzen Plan. Die Truppen der Ratte greifen an. Es ist mehr als ironisch. Vorwärts, Pekiniere. Es wird ein harte Kampf. Auf dem Weg. Die Truppen der Ratte greifen an. Uns entgeht niemand. Ähm. Ähm. Danke. Die Truppen der Ratte greifen an. Bis dahin weiß ich, ich mach sogar noch ein Tor aus hin. Ja, von mir ist so... Wo höre ich denn schon wieder was knabbern? Dooooh. Reicht lang. Ihr kommt doch lang... Ihr kommt doch mittlerweile durch. Entflegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Äh. Überhaupt nicht penetrant zum Glück. Die können doch hier durch, oder? Die Truppen der Ratte... Wir können hier rein, hier... Oder ist es nicht breit genug für die? So vielleicht. Aber Himmel, Herrgott, lasst mich endlich in Ruhe. Die Truppen der Ratte greifen an. Waffen geschult hat. Waffen geschult hat. Äh. Okay, jetzt erst ist dann so ein Torhaus. Die Truppen der Ratte greifen an. Türme passen hier keine mehr drauf, oder? Da würde einer hinpassen. Auch ein etwas größerer. Würde da auch bestehen bleiben. Nein! Die Truppen der Ratte greifen an. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Jetzt sind sie wieder zahmer. Das ist total verrückt. Die Bäume haben es mir ruiniert. Es werden Rekruten... Es werden Rekruten genügend sein. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Gut, sind die Verbindung? Ich hoffe. Bin zur Stelle. Der Kornspeicher ist voll. Ah, nicht ganz. Okay, ich verstehe. Die Truppen der Ratte greifen an. Ja, genau. Die Truppen der Ratte greifen an. Sind auf dem Weg. Die Truppen der Ratte greifen an. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Darf ich dann wieder? Danke. Die Truppen der Ratte greifen an. Die Truppen der Ratte greifen an. Ich muss nur die richtige Höhe erwischen. Jetzt müsste es sein. Was soll der hier nauen? Nicht wahr? Ja. Okay, aber hauptsächlich möchte ich Armbotschützen oben haben. Schützen erstmal nur als Übergang. Der Atom soll voll gestoppt werden mit Armbotschützen. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Die Truppen der Ratte greifen an. Die Truppen der Ratte greifen an. Wir halten uns rum, hätte ich gern noch da drüben. Und dann haben wir hoffentlich wirklich... Die Truppen der Ratte greifen an. Okay, er muss ein bisschen weiter weg. So vielleicht. So reicht's, okay. Es werden Waffen benötigt sein. Waffen geschultert. Bereits eure Lordschaft. Es werden Waffen benötigt sein. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Das ist fast wie Urlaub, diese Mission. Wirklich. Selbst wenn ich denke, ich habe meine Ruhe, habe ich sie nicht. Voll der Klottwist. Die Truppen der Ratte greifen an. Es werden Waffen benötigt sein. Die Truppen der Ratte greifen an. So, ich haue euch weg. Sage ich euch. Die Truppen der Ratte greifen an. Aber dermaßen werdet jetzt niedergeflext einfach. Nachhaltig. Nachhaltig. Gut ist. Ich glaube, wir können uns wieder um unseren Eingriff kümmern. Ah, den ganzen Spaß nochmal säubern. Alles klar, ist jetzt nicht so schlimm. Ist ja gut. Los. Ui. Das läuft schon fast besser als beim letzten. Ui. Das war gut. Okay. Ein paar Kühe rüber. Oh, die sind jetzt auch viel besser als letztes. Okay. Das ist eine sehr gute Runde gerade. Wir benötigen entlegene Dörfer. Sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Was? Das zählt ja aber Mumpitz. Es werden Waffen benötigt. Es werden Waffen benötigt. Es werden Waffen benötigt. Die Truppen der Ratte greifen an. Das Erfolgt wird bewegt. Wir benötigen Steine. Oh, da wird nicht der Steine überlebt. Wir benötigen Steine. Gemein. Unterpunt bereit, My Lord. Die Truppen der Ratte greifen an. Ihr könnt das nicht dort platzieren, My Lord. Wir benötigen Steine. So, mal ein bisschen nachgetankt. Schießen wir da oben weiter, bitte. Wir benötigen Steine. Der schlägt ja immer noch. Der schlägt ja immer noch. Wir sind nur halb verwegt. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine. Okay. Wir machen jetzt trotzdem mal unsere coole Nummer. Die Truppen der Ratte greifen an. Es werden Waffen benötigt sein. Die Truppen der Ratte greifen an. Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine. Katapult be... Die Truppen der Ratte greifen an. Eigentlich sollte ich eben meine Katapulte einfach eine Nummer geben. Katapult bereit, My Lord. Die benötigen Steine. Katapult bereit, My Lord. Ich hab's ein Stück. Ich meine, das wäre tatsächlich eine Überlegung wert. Bloß weg damit. Krieg ich den von hier überhaupt? Katapult bereit, My Lord. So gut wie erledigt. Ich glaub, der ist ziemlich gut gedeckt da hinten. Sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Aber dahin sollte ich schießen können. Ja, sehr gut. Hm. Hier ist er soweit schon so gut wie besiegt. Die Truppen der Ratte greifen an. Gehen wir mal wieder. Von der Pike auf gelernt zur Stelle. Im Laufschritt. Achtung. In Bewegung. Katapult. Die Truppen der Ratte greifen an. Mach's gut, Bessie. Das war eigentlich ein direkter Q-Treffer, aber... Die Truppen der Ratte greifen an. ...hat nicht genug Schaden gemacht. Ja, die werden jetzt komplett ausgedrückt. Dass die mir überhaupt noch Stress machen konnten, wundert mich wirklich. Oh, das lass ich nicht mehr mit mir machen. Guck mal. Es ist die Frau vom Wolf. Selbst hier hat die Schnauze voll und will weg. Gut. An ihrer Stelle würde ich das auch tun, wenn ich mir das so angucken würde. Ja. Ich habe aber nie gesagt, dass es eine gute Idee ist. Aber gern. Muss man hinzufügen. Und... Marsch! So. Kommt mal ran. Hier, meine Lieben. Mein Günther Skurt. Jedenfalls mit dazu. Baumeister. Neue Baumeister könnten wir ebenfalls gebrauchen. Euer Gnad. Zur Stelle. Rück aus. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Wo haben wir jetzt ein bisschen was aufgestellt. Jupp. Ich glaube, die werden jetzt relativ schnell weggemäht. Passend schnell würde ich es bezeichnen. Was gibt's? Die Truppen der Ratte greifen an. Was gibt's? Die Truppen der Ratte greifen an. Ah, haste. Waffen geschultert. Macht hier mal ein bisschen weg. Die Truppen der Ratte greifen an. So, wir kommen jetzt hoch, oder? Sehr gut. Aber warum darf ich hier meinen... Nee, jetzt zum Feind. Ach, der eine... Zur Stelle. Komm, da wird doch ein Glückstreffer dabei sein. Was gibt's denn nicht? Hier in so einer... Aber wir treffen ein bisschen. Na also. Liegende Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Da sind wir da ewig viele fallen. Die haben schon Bakterienanzahl erreicht. Alter, es sind jetzt gerade noch so viele, die spawnt einfach. Egal, ich hab die Türme schon mal gleich gesäubert. Oh, da haben wir viele Armbotschützen verloren. Okay. Die Truppen der Ratte greifen an. Ich hätte lieber die Pekiniere vorgeschickt, aber ich wollte jetzt wirklich erstmal Ruhe haben. Das war mir wichtig. Ja, Herr. So. Darf man jetzt? Ja. Die Truppen der Ratte greifen an. Gut. Der wird hoffentlich ungestört schießen dürfen. Sieht gut aus. So, dann schießt du mir mal schön... Genau, so. So in etwa. Ein bisschen grob. Grüber kannst du noch gerne schießen. Du kriegst noch ein paar Steine dazu. Viel Spaß. Ich kümmere mich um die Verstärkung und um alles andere. Hier soll es soweit geklärt sein. Hier sind wir jetzt wenigstens in der Bresche angekommen. Auch wenn wir ordentlich Verluste gemacht haben. Die Truppen der Ratte greifen an. Wir haben auf jeden Fall unseren Spaß. Ach, Tom. Es werden Rekruten benötigt sein. Zumindest ist diese Gefahr da unten gebannt. Die Truppen der Ratte greifen an. Die Truppen der Ratte greifen an. Da haben wir noch jemanden mit Pech. Hier haben wir ganz viele Baumeister mit Pech noch. Klatschen. Hier haben wir die ganzen guten Dinge. Hier haben wir noch jemanden mit Pech. Die Truppen der Ratte sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Es werden Waffen benötigt sein. mehr von euch, meine Freunde. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Die Truppen der Ratte greifen an. Drehbock, bereit, Sire. Trefft ihr eigentlich den... Flugbahn ist berechtigt. Können wir auch so schießen, weil den Turm da hinten trifft man bis jetzt gar nicht und den möchte ich vorrangig eigentlich weghaben. Die Truppen der Ratte greifen an. Ja, das sieht mir schon eher nach Erfolg aus. Die Truppen der Ratte greifen an. Ja, weil ohne diesen Turm haben wir eigentlich komplett freie Hand. Aber dann würde ich eigentlich diese Butze stürmen. Vielleicht schaffe ich das sogar noch in dieser Folge. Gucken wir mal. Ich habe schon total Orientierung verloren, wie lange der Volk hat es eigentlich schon ge... Alter, jetzt haben wir Holz. Jetzt haben wir Holz. Jetzt haben wir Holz. Das ist schön, aber wir haben eigentlich zu viel Holz, wenn ihr mich fragt. Stimmt, die Aktion haben wir noch nicht gemacht. Ich wollte halt die Bäume loswerden. Die Truppen der Ratte greifen an. Gut, hopfen und so. Werden wir noch brauchen. Obwohl da auch nicht mehr so viel fehlt. Gott, was ist das für eine... Ich könnte natürlich auch das als Thumbnail nehmen. Ich weiß, in dieser Folge hatten wir ewig viel Action. Aber ich meine, guckt euch mal das Vorratslager an, mitsamt der Produktion dazu. Das könnte auch ein interessantes Thumbnail werden einfach. Weil dann mal so... Alles zu gebatzt. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte in diese Richtung. Und Ratte. Turm kaputt? Oh, äh. Ich bin jetzt nicht auf lauter gekommen. Können Sie sagen, dass meine Tastatur jetzt auch anfängt zu spinnen? Hallo? Oh, das war das Mausrad. Die Truppen der Ratte greifen an. Flugbahn ist berechnet. So. Dann hier noch aufmachen, dann hätten wir eigentlich einen freien Weg. Die Truppen der Ratte greifen an. Die Truppen der Ratte greifen an. Es werden Waffen benötigt, Sire. In Ordnung. Eure Lautschaft? Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Und gleich noch auf. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wie lange die Folge geht. komplett einfach nur Zeitgefühl verloren. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Und beim nächsten Mal, ja, die nächsten ein bis zwei Folgen werden wir es schaffen. Die nächste Folge machen wir den großen Sturm auf die Burg. Und die Folge danach, höchstwahrscheinlich, werden wir noch die letzten paar Ziele erfüllen. Dann wird es vielleicht nicht auch schon in der nächsten schaffen, weil das ist nicht mehr viel. Das sollte jetzt machbar sein. Alles klar. Wie gesagt, nächsten ein bis zwei Folgen werden wir es haben. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye-bye.